Mein Name ist Eckhard Kipping. Ich bin ausgebildeter Stadtführer hier in der Doppelstadt Walzhu-Tingen. Erkunden Sie mit mir bei einer klassischen Führung durch die schöne Stadt Tingen, was hinter den Fassaden der historischen Häuser, den romantischen Gassen und den steinernen Zeugen der Vergangenheit steht. Vielleicht haben Sie Lust mit mir zu klären, ob die Kunstwerke in der schönen Stadt wirklich Kunst sind. Die malerische Altstadt Tingen hat viele Kunstwerke hervorgebracht, die es zu erkunden gilt. Oder Sie kommen mit mir auf die Spuren jüdisches Leben in Tingen in der alten Klettgau-Stadt, wo jüdische Familien gelebt, gearbeitet und sich am gesellschaftlichen Leben beteiligt haben. Vielleicht aber haben Sie Lust zu wandern. Dann kommen Sie mit mir an die wilde Gutach, die Lebensader Tingen's. Bis hin zu dem Kultstein, den Langenstein, ein Denkmal der Vergangenheit. Habe ich Ihr Interesse geweckt, dann würde ich mich freuen, wenn ich Sie hier in der schönen Stadt Waldshut-Tingen begrüßt könnte. Bitte melden Sie sich in der Touristinformation in Waldshut.